Musik Es gibt im Leben manchmal Fragen, die man sich so stellt und die vollkommen unterschiedlich sind und wo man nach längerem Nachdenken dann aber merkt, dass die auf seltsame Weise zusammenhängen. Zum Beispiel kann man sich fragen, warum die Welt eigentlich überhaupt funktioniert. Also warum nicht alles dauernd komplett zerfällt und chaotisch ist, warum man sich auf irgendwas verlassen kann, warum man überhaupt abends einschlafen kann, weil es könnte ja sein, man wacht in der Früh auf und die Welt ist weg oder man hat sich in einen Marienkäfer verwandelt oder irgend solche Sachen. Also warum ist das so? Und die andere Frage, die damit auf den ersten Blick überhaupt nichts zu tun hat, ist, warum die Herrschenden bei den Menschen immer so fürchterliche Angst vor den individuellen Eigensinnigen und Starrköpfen, Querdenkern, Außenseitern, Einzelgängern unter ihren Untertanen haben. Und das hängt miteinander zusammen und geht auf eine Frage zurück oder eigentlich weniger auf eine Frage als auf eine Feststellung oder einen Glauben. Genau gesagt einen Glauben, nämlich den Glauben, dass alles, was auf der Welt passiert, eine Ursache hat. Das heißt, dass alle Dinge, die passieren, zu irgendwas führen und von irgendwas her kommen. Diese Ansicht gab es schon bei den alten Griechen. Muss ich jetzt mal kurz nachschauen, wer das war, weil ich kann mir immer nichts merken. Ja, wieder mal der Herr Demokrit, nehme ich an, der als einer der Ersten diese Ansicht geäußert hat, dass alles eine Ursache hat und jede Ursache immer die gleiche Wirkung hat. Ipikur hat das dann ein bisschen in Frage gestellt. Und so richtig zusammengefasst, so im Prinzip, wurde das mal wieder von Immanuel Kant, und zwar mit dem Postulat der Kausalität in der Kritik der reinen Vernunft. Und das lautet so. Alle Veränderungen geschehen nach dem Gesetze der Verknüpfung der Ursache und Wirkung. Daraus schließt Kant dann und schließen wir bis heute, dass es Dinge, die keine Ursache haben, nicht geben kann. Also heißt auf der einen Seite, nichts geschieht ohne Ursache, und auf der anderen Seite heißt es, wenn etwas da ist, das keine Ursache hat, dann gibt es das nicht. Dann haben wir vielleicht die Ursache noch nicht begriffen, weil wir noch nicht genug geforscht haben oder nachgedacht, oder dieses Ding existiert einfach nicht. Das hat sich einige Jahrhunderte lang gehalten und hält sich im Grunde bis heute. Es ist aber so, dass es Dinge ohne Ursache gibt, in der Physik zum Beispiel. Da muss man nur nahe genug hinschauen und möglichst ins Kleinste hineingehen, dann kapiert man das auch. Wenn man zum Beispiel mal ein Stück radioaktives Metall nimmt, dann wissen wir, das hat eine Halbwertszeit, also sagen wir mal 100 Jahre Halbwertszeit. Das heißt, wir wissen, nach 100 Jahren ist die Hälfte von diesem Stück Metall zerfallen zu etwas anderem. Bei der Ursache ist es da schon schwieriger, aber nur schwieriger zu erklären, weil ich kein Physiker bin und das würde jetzt zu weit führen und da würde ich auch riesen Schmarrn zusammenreden wahrscheinlich. Das Problem zeigt sich dann, wenn wir ein einzelnes Atom von diesem Stück Metall betrachten, weil da wissen wir zwar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es in 100 Jahren zerfallen ist, 1 zu 1 oder 50 zu 50 ist, aber wir wissen nicht, wann es zerfällt. Das heißt, wenn man sich jetzt zum Beispiel so ein Atom auf den Tisch legt, dann kann es sein, dass es innerhalb von einer tausendstel Sekunde Piff macht und es ist zerfallen oder das liegt 100 Jahre da und es passiert gar nichts. Es kann dann auch nochmal 100 Jahre da liegen und vielleicht im Endeffekt eine Million Jahre, weil die Halbwertszeit bedeutet ja, dass immer wieder nur die Hälfte zerfällt und dass die Hälfte von einer unendlich kleinen Menge irgendwann am Schluss doch noch überbleibt. Okay, empirisch wird auch das letzte Atom irgendwann zerfallen, aber wir wissen nicht, wann. Da könnte man jetzt sagen, also wenn ich mir zum Beispiel ein sehr filigranes Schmuckstück bastle aus einem Metall mit einer wahnsinnig hohen Halbwertszeit, vielleicht 10 Millionen Jahre oder so, wo es in 10 Millionen Jahren erst die Hälfte davon zerfallen ist, dann habe ich eine gute Chance, dass ich da ein schönes Schmuckstück habe, das ich bis zum Ende meines Lebens tragen kann und vielleicht sogar noch meine Erben. Aber es kann auch sein, dass da jetzt plötzlich an entscheidenden Stellen Atome zerfallen und dann zum Beispiel zu einem Gas werden. Da wird aus diesem Metall einfach ein Gas und dann fällt dieses filigrane Schmuckstück auseinander. Das wäre sehr ärgerlich. Und deshalb könnte man jetzt sagen, also ich kann mir den Fall jetzt nicht genau vorstellen, aber man könnte eine gewisse Angst da davor haben, wenn man dieses Schmuckstück trägt und geht dann irgendwo auf eine Gala oder so und dann macht es auf einmal Piff, Piff, Piff und das Schmuckstück fällt auseinander. Es muss kein Schmuckstück sein, es könnte jetzt auch eine tragende Säule an einem Hauptbahnhof sein oder so, die dann halt irgendwie in 10 Jahren plötzlich auseinanderfällt, obwohl vorher keiner damit gerechnet hat. Der Einwand lautet dann natürlich, ja, da gibt es sicher auch eine Ursache dafür, warum das eine Atom jetzt gleich zerfällt und das andere erst in einer Million Jahre. Nur kennen wir diese Ursache halt nicht. Aber das stellt einerseits die Behauptung in Frage, dass die Atome alle identisch sind und andererseits ist es halt auch ein bisschen weit hergeholt, immer zu sagen, das Prinzip von Ursache und Wirkung ist gültig und wenn es einmal nicht gültig ist, dann behaupten wir einfach, dass wir nur die Ursache noch nicht kennen. Das ist ein bisschen billig. Aber okay, ich akzeptiere es mal und sage jetzt, die Ursache könnte sein, dass da die Elektronen und Teilchen von jedem einzelnen Atom halt ein bisschen zeitlich unterschiedlich da rum sich bewegen, kann schon sein. Es gibt aber in der Physik auch Erscheinungen, wo das nicht sein kann. Wenn man zum Beispiel einen Laserstrahl oder polarisiertes Licht auf eine bestimmte Art von Prisma drauf richtet, dann wird ein Teil von diesen Lichtteilchen, Photonen, reflektiert und der andere Teil wird gebrochen durch das Prisma. Da würde man aber jetzt wirklich sagen, das sind Elementarteilchen, die können jetzt nicht irgendwie unterschiedlich ticken gerade, sondern die sind der ganzen Theorie zufolge identisch und die können auch, bevor sie da hingeschickt werden, das Prisma nicht kennen. Es muss also einen anderen Grund geben, warum die einen da jetzt reflektiert werden und die anderen durchgehen und gebrochen werden. Und das ist eine Sache, die ohne Ursache passiert. Man kann das höchstens insgesamt dann halt berechnen, wobei die Rechnung immer eine Beobachtung ist. Das heißt, wir stellen fest, so und so viele Teilchen werden reflektiert, so und so viele gehen durch, dann bilden wir eine Gleichung dafür und die beschreibt es dann. Die ist nicht der Grund dafür, dass das passiert, sondern nur eine Beschreibung. Und die funktioniert aber nicht für ein einzelnes Teilchen. Wenn wir ein einzelnes Photon da hinschießen, können wir nicht wissen, ob es durchgeht oder ob es reflektiert wird. Und daraus resultiert vielleicht, wenn man mal ganz weit denkt, auch das politische Problem. Weil wenn man etwas nur statistisch berechnen und daher auch kennen kann, dann erwächst daraus der nächste Gedanke, nämlich, dass man die Dinge, die man statistisch berechnen kann, so auch beherrschen kann dann. Also wenn wir wissen zum Beispiel, wir geben Geld in Umlauf und wir wissen, dass 99% der Leute dieses Geld akzeptieren als Zahlungsmittel, dann funktioniert das. Wir wissen auch, es werden immer ein paar Renegaten dabei sein, die sagen, dieses Geld gibt es gar nicht, das ist eine freie Erfindung. Die spielen aber jetzt statistisch keine große Rolle. Und deshalb funktioniert das Ganze insgesamt dann doch. Bei bestimmten politischen Prozessen oder Entscheidungen, wenn es jetzt zum Beispiel um einen Krieg geht und die Sache dann religiös wird, da werden diese einzelnen Abweichler dann aber eventuell gefährlich. Weil man bestimmte Dinge, jetzt sagen wir mal, eine wirklich effektive Pandemie oder einen wirklich effektiven Krieg, die kann man nur durchführen, wenn tatsächlich alle dabei sind, weil der Einzelne, der da nicht mitmacht, dem schreibt man dann auch immer ein Gefahrenpotenzial zu. Das heißt, der könnte durch seinen Ausfall das gesamte Ding ins Schwanken bringen, wie das einzelne Atom in meinem filigranen Schmuckstück. Oder er könnte unter Umständen, es gibt ja auch noch eine Psychologie, andere damit hineinziehen und denen erklären, dieser Krieg ist scheiße oder das und das gibt es nicht, Geld funktioniert nicht und so. Und dann besteht die Gefahr, dass das Ganze insgesamt zusammenbricht. Und das heißt, wir wissen auch beim Menschen, dass die Reaktion von Menschen, die es gehorchen oder nicht gehorchen, nur eine statistische Funktion ist und nichts, was man auf den Einzelnen anwenden kann. Wenn man zu einem Einzelnen sagt, du gehst da jetzt hin und schießt auf den anderen oder lässt dich totschießen, um Deutschland zu retten oder sonst was, dann weiß man nicht, wie der reagiert. Der kann sagen statistisch, ja, zu 70% sage ich jetzt, ja, dann mache ich mit. Er kann aber genauso gut zu 30% gehören, die dann sagen, nein, mache ich nicht, man weiß es schlichtweg nicht. Und deswegen hat man vor diesen Einzelnen Angst und möchte die gerne nur als Masse vor sich sehen. Dann übrigens auch die Grundlage all dieser Modellierungen und Berechnungen, weil da keine Einzelmenschen vorkommen und weil man immer davon ausgeht, eine Ursache, die wir kennen, von der wissen wir auch die Folge und das gilt wie ein Naturgesetz und nicht rein statistisch oder empirisch. Deswegen sind diese Modellierungen dann irgendwie immer falsch. Und die nächste Frage wäre dann natürlich, woher kommt das eigentlich, das ganze Problem? Könnte man sagen, in der Physik oder in der Natur ist es Zufall und beim Menschen ist es halt bei dieser Abweichlerei einfach so ein Wille oder Trotz, also letztlich der menschliche Wille. Dann lautet aber die nächste Frage, was unterscheidet eigentlich den Zufall von einem menschlichen Willen? Könnte man dann nicht vielleicht auch hergehen und sagen, das Atom in diesem filigranen Schmuckstück hat einen freien Willen und weiß zwar, dass es irgendwann am Ende aller Zeiten, am St. Nimmerleinstag zerfallen sein wird, aber wann es vorher zerfällt, ist seine ganz freie Entscheidung. Damit müsste man noch erklären, warum das statistische Gesetz dann trotzdem gilt, aber das führt wahrscheinlich zu weit und überfordert auch mein Gehirn. Aber interessant ist der Gedanke auf jeden Fall, dass dieses Kausalitätsprinzip, das wir immer auf alles anwenden, in Wirklichkeit vielleicht überhaupt nicht existiert. Und dass deswegen die Herrscher solche Angst davor haben, dass wir plötzlich anders denken, als wir einem angeblichen Naturgesetz zufolge denken müssten. Könnte man öfters mal darüber nachdenken. Auch du bist ein Atom eines filigranen Schmuckstücks und kannst das Schmuckstück zum Platzen bringen. Alle Räder stehen still und so weiter. Man könnte natürlich dann auch noch weitergehen und sagen, es gibt überhaupt nichts, was eine Ursache hat. Oder vielmehr, es gibt keine Ursachen, sondern alles ist reiner Zufall. Und wenn Dinge zufällig passieren, dann liegt es nicht daran, dass wir die Ursache noch nicht kennen, sondern es hat wie alle anderen Sachen nicht einfach keine Ursache. Was wir als Ursache ansehen, ist immer nur eine Beobachtung, die damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Also beispielsweise, wenn jetzt einer sagt, warum wird es morgens hell? Ja, weil es abends dunkel geworden ist, weil das ging dem voraus. Erst ist dunkel und deswegen wird es dann hell. Dann bräuchte man nur irgendwie alle Lampen anschalten und damit könnte man sicher verhindern, dass es morgens hell wird. Da wird es dann dunkel. Und wie gesagt, man könnte dann behaupten, alle Ursachen sind nur Beobachtungen, aus denen wir Schlüsse ziehen, die im Grunde physikalisch unzulässig sind. Oder die Physik ist insgesamt unzulässig. Aber da wird es mir jetzt auch ein bisschen zu wirre. Das überlasse ich dann lieber den Fachleuten. Oder man formuliert ein neues Naturgesetz und sagt, Herrschaft von Menschen über Menschen ist etwas vollkommen Unnatürliches, was man daran sieht, dass sie bei den Herrschenden immer mit einer großen Angst vor der Unberechenbarkeit verbunden ist, weil sie von falschen Voraussetzungen ausgeht. Weil man glaubt, alles hat eine Ursache. Und wenn wir die Ursachen schaffen als Herrschende, dann wird auch die Wirkung eintreten, und zwar bei jedem, weil es ja ein Naturgesetz ist. Und dann stellt sich heraus, da gibt es Einzelne, die folgen nicht dem Naturgesetz. Die müssen wir entfernen und unschädlich machen. Bis zum nächsten Mal.